Ladies and Gentlemen Russikpupsie-Kerzogs am Start und heute mal wieder in Los Antos unterwegs und guck mal ich mir entgegen läuft Allerding, ein Penner aus dem Weg hier Ich bin Millionär geworden, MuluM Process Tut mir jetzt ein bisschen leid Aber leute, lasst auf jeden Fall jetzt ein Dickes Like dafür Ein neues Abenteuer Ich weiß zwar noch nicht was ich mache Da läuft erstmal an den Sherry F Warte mal den Sherry kenne ich doch Hä, Sherryf? Hä? Slug,…? Willst purpose, was machst du hier? Sjurs, was machst du dann hier Brody Los, ich mach das jede Box, das macht so kräftinal anteilfar cause das letzte Mal, als ich mich hier reingeschleust habe, ne? Oh mein Gott, seitdem mache ich immer Polizistenjob. Einfach so auf an der Koffer, Decker. Die merken seit heute nichts, du machst jede Woche hier Polizisten. Die sind so übertrieben lost. Ganz ehrlich, du kannst das auch machen. Komm mit, ich zeige dir die Klamotten und dann kannst du das auch machen. Ich habe was zu erzählen für dich, wenn wir uns schon wieder als Polizisten verkleiden. Ich habe gehört, dass iCrimix voll die fette Party schmeißt und irgendwie eine neue Villa gekauft hat irgendwo und überall sind irgendwie Boote am Start, das heißt, die kommen dann nur hin mit Booten und Bruder, ich wollte schon immer mal ein cooles Boot haben, so Yacht-mäßig. Hast du nicht Bock, Patrouille auf dem Wasser zu machen? Bro, ich habe immer Bock auf sowas von mir, sonst können wir das gerne machen. Aber warte, ich glaube, ich höre jemanden. Scheiße, scheiße, ey, lenkt die Lade, lenkt die ab, lenkt die ab, ich ziehe mich so um, ich ziehe die mich um. Oh, hallo, Herr Müller, wie geht es Ihnen? Ja, kommen Sie mal mit, Herr Müller, ich habe einen fetten Donut für Sie. Alter, das Juro, hängt den ab, das ist so gut, Leute, wir werden uns jetzt umziehen. Batsche, Batsche, Leute, schön mit Mütze, Polizist angezogen, guck mich an, ey, Sie, guck mal, wie ich aussehe, wie ein gemachter Kopf, ne? Oh, man kann ich gar nicht mal wiedererkennen, geil, die werden das niemals merken. Ey, aber wir müssen uns jetzt ein Polizeiauto schnappen und dann, äh, zum, ja, ich weiß nicht, wo gibt es Polizeibooten? Ich hoffe, wir finden welche, Bro. Hier, nimm erstmal Schlüsselfang. Ey, ja, Dankeschön, Bro. Ich weiß, wo, er hat mir Standort geschickt, er wollte mir so sein neues Zuhause zeigen, aber er meint irgendwie, da kommt man sowieso noch hin mit Booten, aber lass mal hier die neue Corvette Polizeikarren nehmen. Komm, hier rein. Alter, oh, der war doch ein falscher Schlüssel, Bro. Ey, mach doch nicht Fenster kaputt, bist du doof? War ein falscher Schlüssel, war ein falscher Schlüssel, Bro, wir fahren jetzt los. Egal, die checken eh nichts. Ey, Leute, ich und Zuzel sind auf jeden Fall wieder als Fake-Polizisten unterwegs. Lasst jetzt ein dickes Like und schreibt in den Kommentaren, was wir noch so als Fake-Polizisten machen können. Wir machen uns jetzt auf den Weg zu our wife, seiner neuen Villa und guckt mal, ob wir da irgendwas machen können. Ey, Bro, ich hab gehört, der wohnt irgendwo hier, aber ich hab keine Ahnung, wie wir da rüberkommen sollen, Bro. Guck dir das mal an. Boah, wieso wohnt man hier überhaupt? Ey, ey, es nirgendwo. Ja, Bruder, er hat gemeint, dass sein YouTube-Money so gefährlich gut läuft, dass Mafia und so auf ihn auch aufmerksam geworden ist und er... Oh, guck mal hier, siehst du das Polizeiboot? Oh, 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 oh. Oh, mein Gott, siehst du auch diese Insel da hinten? Das hat man nicht erlebt dort. Doch, Bro, da siehst du das Haus, das dicke Haus da hinten? Oh, mein Gott, wie geil. Oh, mein Gott, komm, ey, ich weiß nicht, wieso hier ein Polizeiboot ist, aber das ist perfekt für uns, Brody. Let's go. Schwimm her, schwimm her, Bro. Ja, let's go, Bro. Okay. Ja, nice. Komm, ich mach... Kann man Sirene anmachen? Ah, wir gehen hier. Alter, guck euch. Pass auf, passt auf nicht, dass sie uns sehen. Bro, ich glaub, das ist eine neue Yacht. Sicher? Entschuldigung. Polizei, Wasserkontrollendienst, ne? Bitte parken Sie Ihre Yacht am Ufer, ne? Einmal bitte anhalten und am Ufer fahren. Ich wohne hier. Hallo, ich wohne hier. Ich fahre noch jeden Tag hier lang. Warum wollt ihr jetzt eine Kontrolle machen? Am Ufer bitte jetzt parken, ne? Bitte beeilen Sie sich, wir haben nicht ihre Zeit. Einmal bitte parken. Ja. Ey, Sirene, wir müssen uns was einverlassen, irgendwie so mäßig. Sein Schiff hat keinen TÜV oder so und dann reden wir ein bisschen. Wir klauen diese Yacht, Digga. Guck mal, wie teuer die aus ist, Bro. Komm, wir gehen hin. Ja, Mann. Geile Idee. Ja. Guten Tag, ne? Hallo. Entschuldigung, dass Sie sich hier stören, ne? Aber wir müssen die Papiere für Yacht kontrollieren, ne? Ja, Sekunde. Ich muss die kurz von der Yacht holen. Ja. Ne, guck mal, der muss hier zuhören. Wir müssen Ich muss mal kurz suchen, ich hab die noch nicht so lang. Wir müssen den irgendwie ablecken, ne? Scheiße. Ja, so ne geile Idee. Ja, ich hab nie. Fällt dir irgendwas spontan ein? Ich hab ne Idee. Ich sag denen irgendwie, das ist ja zu Hause und wir müssen irgendwie nach Hause locken. Der muss nach Hause gehen. Weißt du, was ich meine? Ja, aber wir machen das jetzt. Ja, aber wir machen das. Warte, wir kriegen das schon. Ja, haben Sie die Papiere, ne? Die Papiere. Ja, hier bitte einmal. Okay, super, ja. Mhm. Ja, aha. Ähm, ja, aha. Kann jetzt wieder fahren. Ähm, ne, ich muss ganz kurz eine Durchsuchung machen, ne? Hier, ob irgendwas Verdächtiges ist. Nicht, dass ich hier irgendwie Pulver oder so inhaliere, ne? Sie wissen. Ah ja, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Hier ist eine Bon. Oh mein Gott, guckt sie, da ist Mario Hanna. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da ist Mario Hanna drin. Oh, oh, das ist ganz starke Zeug, Mensch, Officer, Officer. Oh, ich bin benebelt. Ich habe eine Bon gefunden, ne? Ich muss mit Ihnen einen Test machen. Sie müssen jetzt ganz kurz nach Hause gehen und einmal eine Pipi-Probe abgeben, ne? Ich gehe jetzt erst nach Hause, ruf meinen Anwalt an. Vorher mache ich hier nichts. Ja, gehen Sie eine Pipi-Probe machen. Eine Pipi-Probe. Eine Pipi-Probe. Arsch, wie mein Scheiß. Sie können sich auch ein bisschen Zeit lassen. Gar kein Problem. Wir wollen ja nett sein. Ey, Bro, Bro, soll ich den... Lassen Sie sich ruhig Zeit. Soll ich den... Ich ruf meinen Anwalt an. Sollen wir den irgendwie... Ach, komm, ich wollte den eigentlich elektroshocken, aber der ist weg. Komm, wir steigen jetzt einfach in die Yacht ein, Bro. Alles gut, ja, lass jetzt los. Ey, wie fandest du den Trick mit der Bon, Alter? Ich habe einfach Bon gezogen. Richtig gut. Ey, Bro, das ist richtig gut. Aber... Alter, der wird auch gleich kommen. Oh, scheiße, ich habe Probleme, Bro. Ich habe Probleme. Ich bin wie ein... Meine Hand, Bro. Schnell, komm doch jetzt ein. Oh, danke, dass du mir Hand ausgestreckt hast. Boah, du bist klick. Ich fand's. Ja, Bruder. Oh, der kommt, der kommt, der kommt. Schnell. Schnell. Schnell, 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 schnell. Schnell, schnell. Guck mal, der schaut da hinten. Der kommt hier uns nicht hinterher, Brody. Jawohl, wir haben die Yacht geklaut, Bro. Oh mein Gott, wir haben die erste Yacht geklaut. Der ist weg, alle. Aber er hat unsere Polizeijacht, aber ich habe den Schüssel mitgenommen. Und das heißt, er ist erstmal auf seiner einsamen Insel gefahren, Brody. Die erste Yacht ist geknackt, Bruder. Wir parken jetzt sicher. Und dann gehen wir... Ich weiß, wohin schon. Wohin? Ich sag's dir gleich. So, Sune, ich parke jetzt hier vorne unser Fahrzeug. Weil, ja, wir müssen uns ein bisschen hier undercover bringen. So, schön. Siehst du die Jetskis hier vorne, Brody? Aber guck mal, da sind auch so viele Menschen. Nicht, dass sie uns sehen. Guck mal, guck mal da. Oh mein Gott. Siehst du diesen Flitzboot? Hast du das Flitzboot gesehen? Schnell, klau dir ein Jetski, Bruder. Klau dir einfach ein Jetski. Ey, guck mal, wie viele Leute hier schwimmen. Ey, guck mal, die schwimmen hier alle. Ey, Entschuldigung. Ja, deshalb nicht, dass sie sehen, dass wir die... Ich muss kurz mit denen unterhalten. Ey, hier bitte aus dem Wasser raus, Jungs. Ja, ihr seht gut trainiert aus, aber bitte jetzt aus dem Wasser raus. Ey, ey, was ist denn los mit euch? Was ist denn los mit euch? Hier, Elektroschock auf dich. Ey, Schuh! Offices, Hilfe! Lassen Sie meinen Kollegen in Ruhe. Ey, guck mal, die haben mich einfach attackiert hier. Komm, komm, scheiß auf die, scheiß auf die Digga. Die werden jetzt eh nicht mal aufstehen, nachdem du die weggetasert hast. Ey, was für Idioten. Die haben mich einfach attackiert. Ich wollte die aus dem Wasser holen, aber ich glaube, das waren denen hier die Jetskis. Deswegen, Bruder, ich habe den Schlüssel von denen einfach, ne? Guck mal, da ist einer mit dem gelben Boot. Hast du den gesehen? Alter, guck mal, dieses stürmische Wetter. Wir müssen den jetzt packen. Stehbleiben! Was ist denn mit dem los? Stehbleiben! Hallo? Eins, Alter, Sie müssen raus. Alter, bitte stehenbleiben! Unwetter. Was ist denn? Unwetter, Polizei, das Unwetter fängt an. Es regnet ziemlich stark hier. Ja, okay, ich fahr. Sie müssen einmal nach außen am Zufall hier. Ja, 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 ja. Okay. Irr, ein Rokan kommt, die Wölbungen. Okay, ja, ja, ich halte an. Ja, aber bitte parken. Bro, Scheiß, halte ich an. Ich krieg mich niemals auf mein Speedboot, Alter. Eins, das tut er will nicht an, Alter. Schade, Alter. Wir brauchen dringend Verstärkung. Bro, ich krieg mich niemals auf deinem Speedboot. Ich tue so, als ob wir wirklich von der Polizei sind. Ja, ich schieße ihn ab, Bro. Ich krieg mich niemals auf mein Speedboot. Einmal Verstärker, die Verstärkung. Gehabe Speedboot, wir verfolgen. Gehabe Speedboot, wir verfolgen. Gehabe Speedboot, wir verfolgen. Oh, Leute, jetzt von Verstärkung. Oh, mega, ich, LL. Kommt da bitte an, komme. Ey, ihr fährt, glaube ich, in den Sackgast weg, in den Sackgast. Ich hab ihn gleich. Ihr kriegt mich niemals, Digga. Ich hab ihn gleich, du. Ich hab ihn gleich. Scheiß kriegt ihr mich. Ich schieße ihn ab, Alter, hier. Schieße und bleiben sie stehen. Bleiben sie stehen. Ich werde ihn sowas vom kriegen. Schnell hier lang, Leute, schnell hier lang. Okay, ich glaube, jetzt hab ich ihn, jetzt hab ich ihn, jetzt hab ich ihn. Stehen bleiben! Stehen bleiben! Nein, ich werde niemals stehen. Er ist in der Sackgaste. Stehen bleiben, oder? Ey, wohin fährt er? Alter, wo? Was macht er für einen Schleifweg, Leute? Ey, das ist eine Verfolgungsjagd durch so Kanäle hier. Stehen bleiben, oder ich schieße. Alter, passt sogar hier unter der Brücke durch. Was macht er? Der ist Geisteskrank. Oh mein Gott. So bleib ich stehen. Lass mich in Ruhe. Ich schieße gleich. Ich hab nix gemacht. Ich muss ihn schocken. Ich muss ihn elektro-schocken. Ich muss ihn elektro-schocken, Freunde. Noch ein bisschen näher ran. Oh mein Gott, hier ist dunkel. Ich seh fast gar nichts. Oh mein Gott, was macht er? Ich muss ihn schocken. Hab ich ihn getroffen? Nein, ich glaub nicht. Oh mein Gott, vielleicht jetzt. Er kriegt mich niemals. Ey, ich muss nicht schocken. Nein, nein, ich krieg mich niemals. Lass ihn jetzt sofort stehen. Ey, Stu, ich werd ihn abschießen. Ich werd ihn abschießen jetzt. Ich hab wieder das vorher. Sicher? Nicht nicht. Oh, ja, 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 ja. Ich hab ihn, ich hab ihn. Nein. Er hat ins Wasser rausgesprungen. Oh, er ist gekämpert. Er ist gekämpert, Stu, schnell hinterher. Stehbleiben. 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 Oder ich schieße. Jetzt lass ihn mal stehen. Hände hoch. Hände hoch. Ja, was ist? Was ist? Was ist? Ja, ey, jetzt erstmal hier einen Schock kassieren. Hier, zackerlei. Au, au, au. Er gibt erstmal noch eine Stelle von mir. Hier aber noch. Ey, ich knock den aus. Ich knock den aus. Ich knock den jetzt aus. Ja, jetzt, Alter. Ohne Witz. Er haut die ganze Zeit ab. Hier, es stürmt hier. Zack. Ey, weg mit dem, Alter. Wir erkälten uns hier drauf. Hier, doch, Alter. Zerkele. Meine Güte. Hey, Stu. Du musst mich anschieben. Stu, du musst mich anschieben. Ja, ich mach das schon. Hä, was wollt ihr mit meinem Boot? Stu, schieb an. Ey. Mach ich. Schieb an, schieb an. Let's go. Hilfe, das ist Fake-Polizei. Wir haben es gleich geschafft. Ja, 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 ja. Ich bin reingefallen. Stu, steck schnell, nein, schnell. Ich bin einfach zu steig. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Wir sind doch die Polizei. Steck schnell, nein, steck schnell. Okay, wir haben das nächste Speedboot geklaut, Brudi. Einfach ein richtig geiles Speedboot von Standardskill. So gelb wie sein Lamborghini, Brudi. Siehst du das? Ey, wir sind einfach zu krass, Bruder. Oh mein Gott, Mann. Aber Bruder, jetzt kommt das Highlight. Aber wir müssen, glaube ich, bis morgen warten, weil das Wetter ist jetzt schlecht geworden. iCramix will beim nächsten Sonnenaufgang oder irgendwie beim Sommerwetter schön eine Party schmeißen auf seiner Luxus-10-Millionen-Yacht. Oh, da müssen wir unbedingt dabei sein. Da dürfen wir nicht gehen. Wir werden jetzt hier schön parken, ne? Und dann warten wir bis morgen, wenn schön sonniges Wetter ist. Weil heute, siehst du ja stürmisch. Wahrscheinlich hat er die Party heute abgeblasen und macht sie morgen oder so. Weil morgen soll es gutes Wetter sein. Ich parke jetzt hier, Officer June. Und dann morgen fahren wir auf eine Party, Brudi. Auf eine Party? Die ein oder andere Überraschung darf nicht fehlen. Ich nehme richtig coole Waffen mit. Hier parken, Brudi. Schön. Ja, guten Tag. Ich nehme den Schlüssel mit. Nehmen wir später die Autos. Komm mit. Oh, Sue. Oh, guten Morgen. Bist du bereit für die Party heute? Ich bin sowas von bereit. Oh, du hast hier ein Boot vorbereitet. Oh, schnell hinterher. Oh, scheiße. Ich bin so motiviert. Oh, Bruder, woher hast du das Boot eigentlich? Auch geklaut, oder was? Bro, du kennst mich doch. Ey, sag nicht sowas. Als du wieder als Fake-Polizist irgendwo immer wieder was gestippelst. Ja, aber sag doch nicht Clown dazu. Guck mal, wir fahren jetzt los. Ich weiß jetzt nicht, wo wir hin müssen, ne? Ich habe gehört, die soll irgendwo ein bisschen außerhalb sein. Weil, ja, illegale Party so. Bisschen weiter weg vom Strand. Wieso das Ganze? Logisch, ne? Damit die auch sicher sind. Irgendwo hier draußen muss es sein, Bruder. Wir fahren jetzt einfach mal. Hörst du das? Hä? Nein. Hä? Die machen ja richtig Party. Ach, da hinten. Ich hör was, ja. Die Musik wird immer lauter. Ach so. Oh mein Gott, Siu, da vorne, da vorne, da vorne, rechts von uns. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die goldene iCrimax-Yacht. Ach du Scheiße. Wie viele Menschen da drauf sind. Mein Bruder. Oh mein Gott, da ist richtige Party mit Heli und alles. Oh, oh, oh. Weißt du, die haben wir schon gesehen? Oh mein Gott, die Wellen sind auch heute krass. Siu, wir müssen raus. Schwimm hin. Wow. Pass auf. Die Wellen sind auch nochmal stark. Oh mein Gott, ich schwimm. Geht's ihm gut runter? Ja, ja, ja. Ich schwimm auf die Yacht. Ich komm auf die Yacht. Ey, Ladies, macht mal ein bisschen Party hier. Macht noch eine Champagnerflasche auf. Oh, ich bin drauf. Ich bin drauf. Wasch da, Junge. Sehr gut. Ich komme, ich komme. Okay, komm. Ich geh hier schon mal hoch. Alter, hier ist richtig krass. Alter, Helikopter. Digga, macht so wegen Tsunami hier so Geräusche. Oh mein Gott. Hello, Ladies. Hello, Ladies. Wo bist du? Hey, hey, hey. Stopp mal die Musik. Polizei ist hier. Wo ist der Besitzer der Yacht? Bitte einmal hier. Oh, schöne Mädels. Ja, was ist denn? Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Was ist denn Polizei? Ich bin hier oben auf dem Deck. Ich komme runter. Ich hoffe, es ist schön. Wir gehen hoch. Nein, nein, nein. Ich bin runter. Ah, da ist er, ja. Kommen Sie mal hoch ans Deck bitte, ne? Hier schön in die Fahrerkabine. Wir müssen hier mal unterhalten, ne? Kommen Sie mal hoch, ne? Schön nach oben gehen. Fand ich auch eine Frau schön, die getanzt hat, ne? Da kann man noch mal ein bisschen gucken, ne? Ja, klar. Das sind meine beiden Ladies. Schöne Dance-Moves, ne? Schöne Dance-Moves. Hoppala! Was sind Sie denn für ein Polizist? Ja, ja. Wir müssen leider Ihnen sagen, die Party ist jetzt beendet, ne? Steigen Sie in ihren Helikopter und fliegen Sie weg. Wir müssen jetzt hier das ganze campern. Die Ladies lassen Sie aber schön hier. Guck mal, äh, jetzt. Scheiße, guck mal, wer da kommt. Da ist ein Boot. Oh, 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 oh. Da ist unsere Verstärkung, ne? Unsere Verstärkung. Bitte nehmen Sie die Helikopter. Warte mal, wenn das die richtige Polizei ist, wer seid ihr denn dann? Oh, oh. Hä, wir sind doch auch die richtigen Polizei. Wir sind auch die richtigen Polizisten. Ja, nee, das da drüben ist. Nein! Polizei, Hilfe, Hilfe, wir sind viele Polizisten! Nein! Ey, Sprengzeug! Schnell in den Helikopter! Schnell in den Helikopter, Schnell in den Helikopter! Schnell in den Helikopter! Ich hoffe, du kannst das fliegen. Ey, ich muss... Ich komme... Max, es tut mir leid, es tut mir leid. Taser, taser, taser! Ich habe nicht getasert. Oh mein Gott, der Heli springt hier so rum. Ich steckene die Helikopter. Ah, er hat mein Handy abgeschlossen! Nein, nein! Sieh hier raus, oh mein Gott Gott ihn! Sieh ran! Sieh ran! Oh mein Gott, leid jetzt, das tut mir leid. Ein halbias zugelegen! Leid jetzt ist das mit den Minister... Ich hab ihm eine Schelle gegeben. Bamm! Hilfe, Polizei. Bam! Bam! Weg mit ihn! Oh mein Gott! Es istenson! Die richtige Polizei! Oh mein Gott! Aix! Das ist Mount! Das ist Mount! Ich bin gecappert. Ich bin gecappert! 20-ецpielt! Ich bin gecappert, ich bin gecappert Ich hab SU Ich muss wegschwimmen Die wollten mich einfach ausrauben Leute, das ist zu viel Ich hoffe, ihm geht es gut, aber ich glaube, der ist in der Steckengeblieben Ich schwimme jetzt zum Boot Das Boot, das schwimmt, die Welle sind zu hart Ich muss hier schnell auf das Polizeiboot vor dem Typen Oh mein Gott, schnell weg Oh mein Gott, nicht, dass die mich sehen Oh Gott Oh mein Gott, ich sehe ihn nicht mehr Guck mal, die suchen mich Oh mein Gott, ich muss ihn mit der Sniper wegschießen, glaube ich Oh, ich werde jetzt erstmal hier den Polizisten abknallen Moment, wenn er stehen bleibt Und jetzt Ich hab ihn getroffen Alter, diese Boote, das wackelt so hin und her, dass ich ihn getroffen habe Aber wenn wir die SU haben Was soll ich machen, Leute Es gibt, glaube ich, nur eine Möglichkeit, um SU zu retten SU, es tut mir leid Pass auf dich auf, Bruder SU Ich hab die Nacht in die Luft Oh mein Gott, das Boot geht unter Oh mein Gott, ey, hier mein Boot zerstört SU Ich hoffe, ihm geht's gut, Leute Lasst auf jeden Fall ein dickes Like da Ich hab die Jacht explodieren lassen Ich konnte sie nicht mehr klauen Das war viel zu viel los Sie wird jetzt untergehen Ich hoffe, SU kann sich retten Und wir müssen hoffen, dass er sich rettet Und an Max müssen wir uns nochmal wenden Weil, ey, was war das für eine Aktion Leute, lasst ein dickes Like da Abonniert den Kanal Checkt die Jungs in der Videobeschreibung ab Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Wir sind in GTA, Fake Up oder sonst was Chill